Musik Hi, schön, dass du auf meinem Kanal gefunden hast. Mein Name ist Ann-Kathrin und ich bin so ein richtiger Bücherwurm-Leseratte, was auch immer, wie du es nennen willst. Wenn du eine genauso große Leseratte oder Bücher-Junkie oder was auch immer, wie ich es bin, bist, dann würde ich mich freuen, wenn du mal auf meinem Kanal vorbeischauen würdest. Hier findest du... Musik Toll, es hat von mir volle fünf Sterne gekriegt und ich freue mich jetzt auch schon richtig drauf. Die erste Kategorie ist Little Man-Less von Phinella vom Ketinkenerz und für Ballons. Ballons, bitte! Okay, danke schön so. Ich lese super gerne Fantasy, Jugendbücher, Dystopien, Liebesgeschichten, Thriller, Krimis und was ich noch so in meine Booktuber-Hände hineinbekomme. So, wenn du irgendwie jetzt neugierig auf meinem Kanal geworden bist, dann schau doch mal bei mir vorbei, klick dich durch ein paar Videos durch und wenn es dir gefällt, dann lass mir doch ein paar Kommentare, ein paar Likes oder vielleicht ein Abo da. Ich würde mich da sehr, sehr drüber freuen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.